Hallo ihr Lieben, ich freue mich heute, euch endlich mein neues Einhorn-Amulett zu präsentieren. Das Einhorn-Amulett habe ich jetzt seit vielen Monaten bearbeitet mit einem fantastischen Produzenten und jetzt darf ich es endlich der Öffentlichkeit vorstellen. Dieses Einhorn-Amulett ist eine echte Herzensangelegenheit. Ich wurde schon so oft gefragt, wann ich neben meinen Engeln und Sterbentoren und meinem kleinen Delfin-Anhänger endlich auch mal ein Amulett von einem Einhorn entwerfe. Da ist es! Ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie mir. Es ist aus ganz, ganz hochwertigem Edelstahl. Es gibt es versilbert, wie ich es jetzt trage und auch wunderschön vergoldet. Also, ich freue mich darauf, wenn ihr meinen Enthusiasmus und meine Begeisterung teilt. Und ja, ich schreibe euch in meiner Videobeschreibung, wo ihr das Einhorn-Amulett bekommt und dann könnt ihr diese fantastische Energie hoffentlich auch bald genießen. All die Liebe, die Klarheit und die Schönheit. Also, alles Liebe aus Mallorca, eure Sonja, Aria von Staden. Und ciao!